happy birthday to you herzlichen Glückwunsch für alle die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei RetroCampaign ich spiele heute wieder Mesh Arena und ich spiele Mechatroniker Sankt Mesh Arena und ich spiele Wettbewerb da habe ich noch sieben Punkte die ich mir holen kann dann let's go viel spaß ok die erste runde geht los übrigens ich habe meine Meshs wieder neu sortiert zusammengewürfelt weil ich hatte ich hatte mit den einen mit Killshot alle Erfolge mit der Shotgun gehabt das habe ich mir gedacht komm ich wirf wieder alles los so genau ich glaube meine Energie ist ein bisschen knapp ich glaube ich habe naja aber musste er ja kaputt gehen ne gut dann kommt jetzt der hier dran ok er ist Runde gewonnen jetzt kommt die zweite Runde die war nicht gespielt jetzt spiele ich mit denen hier der ist langsam den mag ich nicht bei den schlafe ich auch gefasst ein hoi Jai 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 J kiş Uns kommt ein anderer das ist der hier Okay, wir sind ganz oben. Das können wir hier runterschießen. Oh, der hat noch ein Leben. Let's go! Da ist einer. Okay, dann ist der weg. Tschüss. Kommt noch einer. Oh, ich werd beschossen. Jawohl. Gut. Hier oben auf dem Dach ist das sehr chillig, weil da kann keiner hinschießen, außer wenn einer Rakete hat. Gut, halt, schauen wir mal, ich hab keinen besten Spieler. Ach, ne ey. Oh, der hat bald Level up. Yeah, zwei Kämpfe. Okay, die nächste Runde startet gleich. Okay, die zweite Runde fängt an und ich fange diesmal von rechts nach links an mit den Mechas. Was? Also erst mit den Heilern. Get out my way. Okay. Okay. Das war's. Das war's für heute. Oh. Three, two, one. Hmm. Ah. Mist. Mist. Ja, okay. Mit denen habe ich keinen Schuss gemacht. Deswegen würde ich sagen, mit denen starte ich jetzt. Einmal rüberpfen. Schöner anvisiert. Oh. Oh. Okay. Ah. Ah. Ich komme doch nicht mehr hoch. Okay, jetzt bin ich rum. Ah. Ah. Das sieht hier richtig übel aus. Nein, da bin ich. So. I missed. Kann doch nicht wahr sein. Wir haben verloren. Dann würde ich mal sagen, wir müssen die nächste Runde gewinnen. Okay. Gut, dann sage ich mal bis gleich minus 15 Punkte. Mist. Okay, und die dritte Runde fängt an. Ich fange jetzt mal direkt mit den Raketenwerfern. Mag ich auch für den Liebsten. in der Greeks. Go. Get out my way. Get out my way. Ah. Lol. Lol. Ist weit weg. Oh. Also, das geht ja mal gar nicht. Was soll man dazu sagen? Gespawned, zwei Schüsse sind down. Oh. Infinite Fire. Also, ich habe noch ein Mich. Also, die Runde war ja mal Katastrophen. Aber ich habe alle Mechs benutzt. Oh. 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 jawohl und down ist er auch, ihr könnt ruhig auf mich schießen, ich bin hier unten drin ich bin hier unten drin Ich brauche den Heiler Doppel-KO Aber er sieht schon mal sehr gut für uns aus 1-1-1 ist es jetzt Gehe ich von aus, dass es 1-1-1 wird Jawohl, 1-1 Okay, dann nehmen wir jetzt den hier wieder Lass mich doch hier durch Okay, ich bin oben Drei, zwei, eins Schuss Bumm Ich brauche ja fast keinen Schal an die Rakete Daum ist er Okay Die laufen jetzt zwei Horsts lang Also muss ich jetzt aufpassen Mist Schön Ein Assistent bin ich Ja, der wollte auf mich schießen mit Rakete Der ist auch down Da ist wieder einer Okay, nice, nice, nice Ich sage schon mal Es ist nice Es ist bestimmt Eilmedaille wert Ich habe eine Medaille mit dem Bestimmt Ja, ein bisschen anderen Okay Auch nice Gut Das war jetzt Die zweite Runde Oder Die dritte Ich weiß es nicht Ich habe es vergessen Die dritte war das Wie viele Quests habe ich fertig? Zwei Na gut War es jetzt die letzte Oder nicht? Ich schaue mal nach Nein, das war die letzte Danke schön für das Zuschauen Ich würde mich freuen Wenn du mal nächstes Mal mal hier seid Bis zum nächsten Mal Viel Spaß Und hoffen wir uns wiedersehen Ciao, ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020